Ihr interessiert euch für Holzhäuser oder spielt mit dem Gedanken, ein Holzhaus zu bauen? Dann wird euch dieses Video mit Sicherheit interessieren. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen, Zimmermeister und Geschäftsführer der Holzbau Stocksiefen GmbH. Für eine junge Familie haben wir diese wunderschöne Stadtvilla in der Nähe von Bonn errichtet. Den Aufbau haben wir in einem kleinen Zeitraffer-Video für euch festgehalten, welches wir euch nicht vorenthalten möchten. Viel Spaß damit! Bis zum nächsten Mal. 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 Euer Benjamin Stocksiefen.